Nachdem ich nun Sonny Deadshot 1 für das Sega Maxim gebracht habe, wird es Zeit für den zweiten Teil dieses... Ja, was ich jetzt an dieses Projekt sage, ich habe heute noch gar nicht angefangen. Egal, auf jeden Fall, willkommen zu meinem neuen Projekt, zu Sonny Deadshot 2 für das Sega Mars System und ich nutze gleich mal meine Skills aus, um die Stacheln zu töten. Mann, bin ich ein Skiller, Alter, ja. Ich kann Stacheln töten, Alter, das ist grausam, ne? Das ist kann, Alter, das grenzt schon an Cheating hier. Na ja, wenn selbst Keto-Skills manchmal an Cheating grenzen, na ja, dann grenzen meine Skills genauso an Cheating, ne? Okay, wir haben auch noch weggeohnt. Ownen ist halt mein Lifestyle. Ähm, ja, okay, gut, wir cheaten zwar kurz mal rüber, ähm, ja. Meine Cheat-Skills, die sind wieder da, ne? Ja, welche Cheat-Skills, Alter, ich weiß nicht. Alter, da kann man wirklich sterben, ne? Also, meine Skills sind mal richtig hier on point, Alter. Aber so richtig hart on point. Hat man echt noch nie gesehen, ne? Auf jeden Fall Act 1 bestanden, ne? Alter, was für ein Sound, Alter. Na gut, Underground Zone. Act 2, let's go, ne? Würde ich mal sagen. Oh ja, wir haben auch gar nicht weggeohnt. Auf jeden Fall, 100% sind auf jeden Fall auch hier in meiner Planung. Und ja, das Bild wird ein bisschen scheiße arbeiten. Ich, ich weiß, ich sehe das ja auch. Ich sehe das ja auch. Wow, wow. Wow, ich hab Schaden genommen, Alter. Wie kann ich noch mal Schaden zu nehmen, Alter? Das gibt mir gar nicht, ne? Wee! Und jetzt noch den richtigen Zeitpunkt. Und, ups. Oh mein Gott, Alter. Leute, ich hab Skil. Ich hab Skil. Meine Frischste noch eins, Alter. Das war gerade so richtig die Jume-Ausdrucksweise, Alter. Leute, keht mich dafür. Ich kann nicht Jume imitieren, Alter. Der wird mich dafür noch wegstriken, Alter, ne? Das wird ja sowas von, Alter. Das sehe ich ja jetzt schon kommen. Na gut, meinetwegen, ne? Soll mich der Jume wegstriken, kriegt er eh nicht. XD. Wird er können. Der kann alles. Ihr glaubt nie, was Jume alles kann, ne? Der Typ ist so krass, Alter. Der kann einfach alles. Der kann wirklich alles. Und ja, ich feier die Zone. Und. Oh. Wir wollen ins Visibio gehen. Und dann kommt Robotic und findet das einfach. Hm. Schade. Wollte gerade sterben gehen, weil ein Tod wäre ja auch mal so schön, ne? Aber gut, Robotic. Du hast es so gewollt. Dann lassen wir es dabei. Belassen wir es einfach mal. Oh Gott. Oh, jetzt kommt das schöne Spiel. Auf Game Gear wäre das für ein Arsch, sag ich euch. Und ich spiele es auch nicht bei der Mega Collection hier von, hier. Bei der Minigame Collection hier von Sonic hier. Adventure 1 hier, Alter. Das. Das werde ich dir nicht überleben. Und Junge, das Vieh geht immer mehr ab, Alter. Junge, drehen die durch. Oh Gott. Ja, ihr müsst übrigens ausweichen. Der Robotnik ist tödlich. Ich habe es weggenommen. So, jetzt kann es zu weitergehen. Ähm, Junge, warum? Ich habe keine Ahnung, warum ihr es einfach mitnehmt. Und. Ein UFO. Oh mein Gott. Aliens. Da kommt die Aliens. Oh. Das sind Tiere. Das sind Tiere. Aliens? Alter, mein Welpen wird gerade zerstört. Aber sowas von hart. Nicht Spaß, Alter. Nicht Spaß. Und jetzt kommt mein allerschlimmster Albtraum in meinem ganzen verfickten Leben. Darf ich vorstellen? Die ist geil heißer und ich werde sie so lieben, Alter. Und hassen. Wisst ihr, früher als kleines Kitty, Alter, als ich so ein Kitty war, ähm, der war nicht mein Kitty, ne? Habe ich jetzt so eine Gast. Ich habe das nie geschafft. Ich konnte das Spiel nicht spielen. Ich war zu dumm. Ich war zu dumm für mein Leben und zu dumm für das Spiel. So, ähm, können wir noch ein paar Ränge kassieren? Weil ich will die Zone ein bisschen genießen, Alter. Ein bisschen Zeit wird den ganzen Spaß noch genießen, Alter. Gibt es ja auch ein Lebenszoll? Wäre interessant, Alter. Na, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, dass man hier noch ein Leben holen. Jetzt kommt aber das, was ich echt... Wie war das nochmal? Einfach nichts drücken. Ah ja, genau. So war's. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ähm, ja. Im Übrigen, wir haben die Zone abgeschlossen, ne? Wir haben die Zone abgeschlossen. Ist sowas von hart, Alter. Oh mein Gott, Alter. Alter, ich bin heute im Speedrausch hier mit der Aufnahme. What's up, man? Und ja, jetzt kommt hier Act 2. Und die Zone werde ich hassen. Es gibt hier auch einen Emerald, aber der ist so blöd, Alter. Den werde ich so hassen, Alter. Den werde ich so hassen. Ich weiß noch nie mal, wann das war. Ich weiß nicht, an welcher Stelle war das. Hier war es noch nicht, ne? War das hier an der Stelle? Ich hab keine Ahnung. Na. B. Ähm. A. Ähm. Okay. Okay. Das ist natürlich ganz hochklasse, Alter. Alter. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt wo hochkönnen hier... Ähm. Ich weiß, dass hier irgendwo der Weg zum Amulis ist, aber... Ich glaube hier, oder? War das hier? Ich weiß es nicht. Ähm. Ach, da. Genau. Genau. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. I know it's right there, ne? Okay. Was ist das? Was ist das? Scheiße läuft das? Das Safestate auf jeden Fall on point, ne? Man könnte sicher sein, Leute. Das Safestate wird greifen, ne? Ich bin bereit, Safestate einzusetzen, wenn es sein muss. Ich glaube, ich werde es hier einsetzen dürfen, ne? Ich werde es hier de facto dazu gezwungen, Safestate einzusetzen hier. So, nochmal. Und ums. Und genau. Nur was die Frage, wann... Ah, fuck! Ja, ja. Wir werden inzwischen Zeit verschwenden, ne? Aber ich will den Amul, ne? Das ist mein Ego, ne? Oh, ist denn die Sprung? Ich bin zu dumm. Ich krieg das Teil mir in. Ich krieg das neben, wo ich drauf treffen muss. Soll ich doch mal zu Safestate greifen und es mal rausfinden? Ich weiß, ne? Oh mein Gott, Alter. Ich werde sowas von sterben, Alter. Ich werde so sterben, Alter. Leck mich ab Arsch, Alter. Was mache ich hier eigentlich? Ich will eigentlich nur den Emerald. Und das Einzige, was ich hinkriege, ist die absolute Scheiße, ne? Seht ihr jetzt auf dem Port? Ich sag's euch. So, ich glaub jetzt hier und... Boah. Ey, ich geh's mit dem Treppen so gut hin, ne? Mein König übersteigt das eines jeden deutschen Let's Players hier auf YouTube. Das glaubt ihr nicht. Ich hab' es. Ich hab' es. Jetzt muss ich nur noch weit fliegen, ne? Ähm. Ähm. Ist das nie hier irgendwo? Da bin ich jetzt total geistig weggeblieben, Alter. Ähm. Ich hab' keine Ahnung, Alter. Irgendwas der Emerald, ne? Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' keine Ahnung, Alter. Ich hab' den Emerald verpasst, ne? Scheiße, was, ne? Aber scheiße, dass er da war, hä? Bin ich jetzt total geistig weggeblieben? Na, irgendwie. Aber wisst ihr, Leute? Es gibt ein wunderschönes Mittel, was man dazu nutzen kann, um es zu zeigen. Also, ihr habt gesehen, ich krieg' das hin. Eigentlich ist das ganz easy. Und zwar nennt sich das Mittel schlicht und ergreifend Safe State. Äh. Ist der immer da oben? Doch, der ist immer bugged! Der muss eigentlich hier sein! Und nicht da oben! What the fuck? Das sollte echt gar nicht sein, Alter. Irgendwie ist das jetzt zwar bugged, oder? Oh, doch, ich hab's denn gekriegt. Gut, ähm. Vergess, was ich gesagt hab. Vergess, was ich gesagt hab! Ich kann's doch! Aber ich weiß eigentlich, dass er immer da unten auf der Wolke war. Letztes Mal war er auf der Wolke. Ach, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm für mein Leben, ne? Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß ja manchmal eh nicht, was ich hier brabbe und was ich tue. Was ich hier mache. Ich hab' keine Ahnung. Ich bin dumm wie der Eins. Ich sag's euch. So, wie's ist, ne? Das ist halt mein Lifestyle, ne? Nicht. In dem Fall haben wir damit hier extra abgeschlossen. Wir können jetzt extra viel gehen. Da hat der Chaos doch zu Selbstes gegriffen. Aber auch nur, weil es halt irgendwie gebackt hat. Irgendwie war da immer nicht da, wo es sein sollte. Er hätte da eigentlich da unten sein müssen und nicht da oben. Das war dämlich. Hatte ich erwähnt übrigens, dass ich keine Not dafür machen will? Ja, ich hab's dir erwähnt. Jetzt wisst ihr das. Ich wollte ja nicht keine Not-Dev erreichen hier. Ja klar, Not-Dev ist hier sowieso fair am Platz bei mir. Ich bin hier, was Not-Dev angeht, eh noch für'n Arsch, ne? Also von daher, ich bin nicht so eingewiebt in das Spiel, um hier eine Not-Dev-Challenge hinzulegen. Deswegen dürfte ich mich noch nie wegen sowas ausfragen. Ähm. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Hallo. Oh nein, jetzt kommt's. Oh, wow. Genau, das letzte noch. Komm. Ja. Ähm. Oh Gott. Das ernstigste viel der Welt. Oh Gott, Alter. Ähm. ja das hessigste viel der welt gibt sich die ehre oh gott oh gott alter what the fuck alter what the shit aber auf jeden fall hauen wir das denn kaputt und haben auch schon da den part jetzt beendet also ich beende den part an der stelle weil geht das viel zu schnell alter oder so oder wollen wir noch eine zone machen ach why not oder doch lieber nicht weil jetzt machen wir den nächsten part ich glaube das dauert ja länger ja das war eine zone wo es ein bisschen länger dann im zweiten act von daher möchte part ich habe es auch anders überlegt ja weil welche gefallen hat schreibt in kommentar und vergesst natürlich die bewertung nicht bis jetzt dann beim nächsten mal wieder bis dahin und ermut kontrol